Willkommen zurück zu Animal Crossing White World. Ich habe ja im letzten Part gesagt, heute ändern wir unsere Stadtmelodie. Und mir ist da, ja, ein guter Song eingefallen. Ein epischer Song, ein Klassiker und den hauen wir gleich mal rein. Warte, wollte sie was von uns? Ja, sie wollte etwas von uns, super. Was geht ab, Black? Hör mal, als du letztens bei mir warst, ich war noch nie bei dir, hast du da etwas ver... Jetzt will jeder etwas von mir. Okay, vielleicht. Äh, was zum... Ja, gut. Okay, wir haben einen Teppich gekriegt, danke. Jetzt kannst du gehen. Nächster. Gib her. Hallo, na, wie läuft's? Denn so, super. Es sind Abonnenten, oder wie? Was bei mir? Äh, oh, Black. Ich... Dich zu sehen hat mir den Tag versüßt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Übrigens, was wolltest du von mir? Äh, du bist doch zu mir gekommen. Hast du schon die Obstbäume in der Stadt gesehen? Wenn du Früchte brauchst, musst du die Bäume... Ach, wirklich. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Gib mir ein... Okay. Ja, okay. Seine eigene Plantage. Ja, gut, das hat nicht wirklich geholfen. So, jetzt muss ich schauen. Ich hab hier mein Handy dabei. Das Bild ist nur immer da, weil mein Handy schaltet sich einfach ganz schnell weg. So, Stadtmelodie ändern müsste... ...beim Bürgeramt sein, ne? Genau, da ist sie. Die Stadtmelodie. Und die komponieren wir jetzt. Ähm, da brauchen wir... ...ein tiefes E. Dann brauchen wir eine Pause. Oder so ein Random, keine Ahnung, weiß ich nicht. Eine Pause brauchen wir später erst. Jetzt brauchen wir ein B. Ein, äh... Irgendwie ein B. Was ist ein B? Oder ist das... Soll das ein G sein? Nö, keine Ahnung. Gibt es ein B? Ne, es gibt kein B. Ah, ja, okay. Okay, ich glaub... Ja, ich glaub... Edge, ne? Das ist Gitarre. Ähm, die Gitarrensprache. Die Amerikaner... ...spielen mit B und wir spielen mit G. Also Edge. Oder A. Ich weiß nicht. Ich glaub, es ist G. Müsste G sein. Dann ein C. Die anderen Noten sind aber alle gleich. Sind halt Gitarrennoten. Ich kenn mich dann ein bisschen aus, weil ich persönlich auch Gitarre gespielt habe. Aber jetzt nicht sehr lange. Also ich bin... Ich kann Luigi's Mansion Theme. Aber... Ja. Und, äh... Old MacDonald. Aber sonst glaub ich fast nix. Also... Noch so ein bisschen Math, äh... Rockgedöns. Aber das ist nicht schwer. Äh, da spielt's nämlich egal. Was du willst. Hauptsache, es klingt ein bisschen gut. Also das sind so kleine Loops, die ich da spielen kann. Aber... Nix Besonderes. Also... Frag mich nicht, ob ich irgendwie ein Lied covern könnte. So, hören wir mal rein. Na, s... Nyaa... Nyaa... Das ist doch schon eher das, was wir wollen. Und erkennt ihr den Song? Ich denke schon. Also ansonsten seid ihr keine Gamer. Ansonsten habt ihr mit Videospielen nix am Hut. So. Jetzt haben wir ein super Theme. Für unsere Stadtmelodie. Und, ähm... Ja. Wenn wir jetzt mit Bürger sprechen, ertönt diese Melodie in diesem... Bewohner spezifischen Sound halt. Also... Testen wir es mal. Ja, sie... Der Cornelia hat so eine Art Sita, die dann spielt. Und, äh... Ja, das war alles. Du darfst wieder gehen. Und wenn jetzt natürlich auch die Uhr schlägt, dann ertönt diese Melodie ebenfalls. Und, äh... Für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, was für eine Melodie das ist, ähm... Ja. Die kriegen die Aufklärung im nächsten Part. Aber... Wenn es so einen gibt, schreibt in die Kommentare, du wirst gefoltert, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, du wirst gefoltert. So wie dieser Schmetterling, weil der gehört jetzt mir und wird verkauft. So. Danke. Ein Kaiserfalter. Ja, ich glaube, der hat so einen Wert von 2000 Sternis. Also, ist schon eine kleine Geldquelle. Aber es gibt halt viel, viel bessere Käfer. Anpärchen gibt es hier noch nicht. In New Leaf gibt es Anpärchen. Da kann man halt so leicht schleichen an den Käfer ran. Das kann man hier zwar mit dem Stick machen, irgendwie... Ja... Sie sind ein bisschen umständlich. Aber es, glaube ich, bringt auch nichts. Also, da sitzt auf dem Baum zum Beispiel ein Käfer, eine Zikade. Und ich habe die ganz gut gekriegt. Bei schwierigen Käfern, ja, die fliegen... Die Wahrscheinlichkeit, dass die wegfliegen, ist halt höher. Sie sind halt schwieriger zu fangen. Deshalb gibt es aber auch noch einen Gold-Käscher, ne. Der hat einen größeren Radius. Man kann von weiter weg viel früher Käfer sammeln. Aber diesen guten Käscher bekommt man erst, wenn man alle Käfer ans Museum gespendet hat. Und das kriegen wir nicht hin. Weil es gibt Käfer, die saisonal begrenzt sind. Und vermutlich nur im Herbst oder im Winter zu sehen sind, zu finden sind. Zum Beispiel die Maulwurfsgrille findet man nur in Wintermonaten, wenn Schnee liegt. Es ist ein Käfer, der mir persönlich auf der DS-Version als einziger, glaube ich, noch fehlt. Aber, ja, im Winter spiele ich das Spiel halt nicht wirklich. Weil, ich finde, Animal Crossing spielt es besser im Sommer. Es ist einfach schöner im Sommer. Und im Winter finde ich es halt immer ein bisschen langweilig. Weil, keine Ahnung, im Winter spiele ich halt anderes Zeugs. Weil da ja auch meistens Weihnachtszeit ist. Und dann halt eigentlich neue tolle Spiele auf den Markt kommen. Mit denen ich mich dann amüsiere. Ja, ob das dieses Jahr auch so sein wird? Hä? Wir werden sehen, meine Freunde. Wir werden sehen. Es ist ja momentan nur bekannt, dass vielleicht dieses neue Mario Party kommt. Aber sonst nix. Ah, ich weiß es nicht genau. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber das ist auch vollkommen egal. Ich werde das eh recherchieren. Ich werde ja, ich habe ja endlich mir einen Kalender angelegt, wo ich alle wichtigen Themen drauf klatsche. Und ab dann kann ich immer so einen Kopf zur Seite nicken. Und dann sehe ich schon. Und Sophie will schon wieder was von uns. Letztens wollte sie auch was. Wir sind echt gute Freunde. Aber unsere Grußformen sind voll langweilig. Ja, genau. Das ändern wir jetzt mal. Ich ändere das. Sagt sie immer Dummarschen oder wie? Du sagst schön zu mir, Senpai. Das ist okay. So, die Kuh wollte auch etwas von uns. Also, ja, ihr wisst schon. Dort hinten die Kuh. Ich glaube, das ist... Ne, Regina war doch so ein Nashorn oder sowas. Du bist doch nicht Regina. Ne, Angela ist sie, genau. Gibt noch so eine dunkle Kuh. Ganz schwarze, männliche. Die heißt Angus. Ja, ist auch cool. Die magisch. Ja, wir hatten ja noch zwei neue Bewohner. Mal schauen, wo die denn sind. Hier wohnt der Turo. Wer wohnt hier? Die Aki. Und... Habe ich gerade richtig gehört? Hat die... Ja. Die Uhr hat gerade zwei Uhr geschlagen. Aber wir haben es nicht richtig mitgekriegt. Ihr könnt ja nur mal zurückspulen. Vielleicht hört ihr den Sound. Ich habe ihn leider nicht gehört. So, hier wohnt die Sophie. Ah, da wohnt sie. Und gleich muss ich niesen. Oh, scheiße. Verdammter Nieser. Geh weg. Nein, geh weg. Ah. Einen Moment. Ah. Entschuldigung. So, hier wohnt Regina. Ist sie denn zu Hause? Ich glaube, ein weiteres Zeichen, dass jemand zu Hause ist, sind Volken am Kamin. Und die Regina ist heute erst hier hingezogen. Und tatsächlich, es handelt sich dabei um ein Nashorn. Die hatte ich schon mal in der Stadt. Ja. Sie labert und labert, ja. Wir stellen uns ihr ein andermal vor. Momentan ist sie ja beschäftigt mit Auspacken. Das ist immer der erste Tag, an dem ein neuer Bewohner da ist. Die packen dann immer erst aus. Und bis Ende der Woche werden wir vermutlich die Maximalzahl an Bewohner erreicht haben. Ich glaube, das sind in diesem Spiel, äh, man kann, glaube ich, zehn Bewohner kriegen. Vier menschliche, also Spieler. Und das war's. Ich glaube, später in New Leaf sind es dann 15. Bin mir aber da nicht ganz sicher. Oder da könnt ihr den guten Bandicay fragen. Der ist Experte auf diesem Gebiet. So. Wir haben dann auch noch in unserer Tasche ein paar Fossilen. Diese werden wir dann auch zum Eugen tragen. Und außerdem haben wir jetzt, äh, ja, eine Falle erwischt. Die können wir natürlich vergraben und jemand reinlegen. Was wir aber damit machen, ist folgendes. Wir werden das einfach in den Müll schmeißen, weil wir ein guter Bürger sind. Wir tun sowas nicht. Auch wenn ich mich frage, wer das die ganze Zeit tut. So, Müllabfuhr, da stand es gerade um sechs Uhr irgendwann, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir schmeißen ja nichts Wichtiges rein. Ich schaue nochmal. Donnerstag, Montag und Donnerstag. Also zwei Tage sogar. Holy shit. Dann kann man das wirklich nicht als Schrank benutzen. Weil, ja, es sind sehr, sehr frühe, an dem das Ganze weggetragen wird. Und zweitens, wenn man an diesen Tagen nicht auf, äh, ja, aufnehmen, nicht spielen kann. Ja, dann ist das Geschichte, nur. Ich interessiere mich natürlich auch für die, ähm, Animal Crossing Teile Gamecube und, ähm, was war das? Wii. Wii, Let's Go to the City und das erste in Europa erschienene, ne? Ähm, wenn, ähm, ich hatte die Chance, die Gamecube-Fassung mal zu kaufen, aber ich Idiot kannte mich damals gar nicht aus. Ich war viel zu klein. Und hab mir anstelle von Animal Crossing, äh, WarioWare Minigame Mania gekauft. Oder wie das hieß. Also, das Game, die Gamecube-Version von WarioWare halt. Ja. Ein großer Fehler. Also, ne, WarioWare war natürlich sehr spaßig, hab ich auch gefeiert. Aber, ähm, ja, dieses Spiel ist so selten heutzutage. Ähm, es aufzufinden ist schwer und wenn man es findet, ist es teuer. Ja, die Geschichte dieses Spiels ist eh sehr interessant. Ich glaub, heute können wir ein bisschen darüber labern, während wir hier rumspazieren. Ähm, es gibt nicht viel zu sagen, aber, äh, was man sagen kann, ist, dass Animal Crossing das erste Mal eigentlich auf der Nintendo 64 schon erscheinen sollte. Wurde dann aber rübergeportet auf die Gamecube. Und in Japan erschien das dann als Dobutsu no Mori, ne, also der Wald, äh, mit irgendwas drin. Ich weiß nicht genau, ob Dobutsu, ich glaub, Dobutsu heißt wirklich Tiere, aber es gibt doch noch ein anderes Wort auf Japanisch, was für Tiere verwendet wird. Aber, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls wurde es dann auf der Gamecube veröffentlicht. Und, ähm, später, ähm, kam dann noch ein zweites Add-on auf der Gamecube raus. Das nannte sich dann das Animal Crossing E+. Also, die hatten in Japan halt noch so einen Card-Reader bei ihrer Gamecube dabei, mit der sie verschiedenste, äh, Trading Card-Games scannen konnte. Und, also, irgendwie sowas. Also, das ging nicht nur mit Animal Crossing. Es war halt irgendwie schon, ähm, die Vorzeit der Amiibos. So, wer das noch nicht wusstet, äh, in Japan gibt es dieses ganze Amiibo-Gedöns schon viel, viel länger als hier. Und Nintendo hat einfach dieses, diese Art, äh, Amiibos nach Europa gebracht oder in die Welt gebracht. Obwohl, ja, auch Disney Infinity der Vorgänger dieser Bring Your Toy To Life war. Aber in Japan gibt es Automaten, und die habe ich auch gesehen, ähm, wo man Dragon Ball Karten scannen kann. Also, mit denen dann spielen kann. So ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Also, wie im Anime halt mit diesen Dual Discs. Und es gibt auch einen Duell, äh, wie heißt das? Transmitter oder so. Und, ähm, da kannst du halt auch, ähm, ja, Yu-Gi-Oh! Karten scannen. Und dieses Gerät erkennt halt, welche Karte das ist. Das ist wirklich richtig neues. Ähm, ja, also das ganze gibt es in Japan schon seit den 2000er Jahren. Und nicht erst seit 2014 oder wann es war es. Ähm, ja, dieses Add-on kam halt dann raus. Und, ähm, was da dann geschah, ist halt, dass dieses Spiel mit dem Add-on für die Gamecube auch nach Europa und nach Amerika kam. Allerdings in sehr, ja, mangelnder, äh, Anzahl. Was, also es wurde auch gar nicht beworben. Der erste Teil, der richtig beworben wurde, war der Wild World Teil. Ähm, man hat vielleicht gesehen, dass das Spiel doch in Europa ganz gut ankommt. Aber, ja, es ist halt schade, weil der Vorgänger konnte noch einige Sachen machen, die es hier nicht mehr gibt. Zwar keine wirklich relevanten, aber es war interessant zu sehen, was denn auf der DS-Version halt wieder rausgenommen werden musste. Und, äh, es war schon ziemlich interessant, nämlich hatte jeder Bewohner, äh, sein eigenes Haus. Hier ist es so, dass, also die Spieler, ne? Man, man kann immer vier weitere Spieler in seine Welt locken. Also, das heißt, man könnte sich theoretisch ein System teilen. Also, äh, keine Ahnung, ne? Ihr versteht. Oder man benutzt halt verschiedene Charaktere für verschiedene Aufgaben. Und in dieser Gamecube-Version war es halt so, dass jeder Bewohner eines von vier Häuser kriegt, die halt an einem gewissen Platz standen, wo diese vier Häuser auch immer, äh, standen. Und, ähm, ja, äh, man konnte sich dann, wenn man ankam, immer zwischen eines der vier Häuser wählen, aus des Vereins halt schon besetzt. Aber so war das damals. Also, jeder hatte sein eigenes Haus. Das wurde ja in, äh, New Leaf dann wieder zurückgebracht. Wie es in Let's Go to the City war, weiß ich nicht, könnt ihr mir mal schreiben. Ähm, und was es noch Interessantes gab, ist, ähm, ja, es gibt in dem Spiel, ich glaube, das ist, ja, das ist, kommt auch von der Gamecube-Version, und zwar nur in der japanischen Version, gibt es NES-Systeme. Ähm, ich glaube, es sind 15 Stück. Und auf diesen Systemen ist jeweils ein Spiel drauf, und diese Spiele kann man tatsächlich auch spielen, wenn man die als Möbelstück halt in seinem Haus stehen hat. Aber, ja, das wurde halt alles gecuttet, und hier in Europa hat man nie sowas gesehen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch schnell zum Tom Nook, schauen, was unsere Fossile so kosten. Und, äh, ja, dann sind wir für heute fertig. Ich hoffe, diese kleine Lehrstunde hat euch, ja, ein bisschen Wissen zu Animal Crossing weitergegeben. Vielleicht wüsstet ihr das alles auch schon. Und, äh, ja. Ja, es ist interessant zu erfahren, aber, ja, es ist halt weniger relevant, weil es halt keinen, äh, kein großes Ausmaß auf unsere jetzige Situation hat, ne, also, weil wir kennen das alles leider nicht, was schade ist. Normalboden klatschen wir auch da rein, Tatern, Teppich, weißt euch, wie der ausseht, ist mir aber auch egal. Geben wir alles weg, und wir bekommen, ja, immerhin 14.000, na, das ist doch ein praktiges Päckchen. Ja, Freunde, dann sind wir fertig für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und besser, nächstes Mal bei Animal Crossing Wild World.